Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Tokio Barion. Hiiii. So, genau. Wir sind immer noch hier unterwegs, wo wir die, ja, wir heißen die Samen. Ja, jedenfalls die Samen gesammelt haben. Die geben wir jetzt ab. Deine Samen. Deine kleinen Samen. Die kleinen Dinge. Deine kleinen Samen kann man ja nicht sammeln. Weil die will ja keiner haben. Hehehe. 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 Ist das so? So ein Lappen. Ja, Lappen kannst du viel. Fast so wie in Lappland. Hast du was gegen Lappland? Ja, da wurden nur Lappen halt. So, guck mal, da kommen ein paar Bischützer. Lalalalalala. 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 Lalalala. Lappen. 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 Ahm. Eins, zwei, drei. Mein Headset regt mich auf. Was hast du denn jetzt? Vier, fünf, fünf gemacht? Mein Headset regt mich auf. Was? Das nervt halt total. Das ist halt richtig nervig. Das resetet jedes Mal die Verbindung. Das ist halt so nervig. Ja. Schick's zurück. Hab ich dir schon gesagt. Das wird wahrscheinlich eine nicht unabdingbare Sache sein. Ja, eben. Weil, wie gesagt, du hast ja noch Garantie drauf, so alt ist das Ding nicht. Ja, aber ich muss mich jetzt... Und wenn es immer resetet, ist das eindeutig ein Fehler. Wenn ich mich jetzt in... wenn ich jetzt im nächsten Mal in meinen Ferien ein bisschen mehr Zeit haben sollte, mach ich mir mal eine Liste, was wieder alles so zu tun ist und dann lass ich mich mal damit beschäftigen halt irgendwie. Da freu ich mich aber. Da freust du dich auf jeden Fall, ja. Ne, hier sind nur die Nischwest. Hier drüben noch. Ja, genau, da drüben. Terranasamen. Ja, meine schönen, starken Flügel. Oh, ich seh grad neue Skills. Kräuterbehandlung, meiner Behandlung, ja, egal. Brauch ich nicht. Meine gezielte Kanone, gezielter Flügelschuss. Wird das eigentlich automatisch aktualisiert? Weiß ich gar nicht. Mag ich jetzt drüber nirgen. Ja, allerdings kommt's halt drauf ein, ob du, wo vielleicht gegen... ...und falls du einen Skill hast, der mit Level 60 jetzt in Anführungszeichen neu war und gegen... ...und falls, das weißt du ja nicht. Wir können ja jetzt hier... Wiederholte Salve, warte mal, ich geh mal hier hin. Ja, ja, warte, 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 warte. Umstiegende Bombe, äh, das ist auf Stufe 11, da können wir ja mal gucken. Stufe 11, okay, Seelenbombardement, ähm, Feuerkanone und gezielter Kanonenschuss können wir draußen lassen, weil ich ja keine Kanonen einsetze, so. Ähm, so, da ist er. Äthertransporter, wo willst du hin? Achso, oh, doch, man kommt ja doch wieder hier zum, zum Start. Ja. Dann lass, dann lass wirklich mal, dann lass trotzdem, dann lass einfach mal erstmal zum Start. Ja, war eigentlich immer so, dass man, jetzt bin ich schon geflogen. Ja, du bist schon geflogen, okay, gut. Warum? Nur so, sonst hättest du dich vielleicht gegebenenfalls kurz hier binden können, und dann hätten wir auch mit Rückkehr das machen können, aber, weil, weil du ja doch relativ lange fliegst, das ist meiner Meinung nach ein bisschen nervig. Ja. Keine Ahnung, ich, wie, bis, fliegst halt schon, keine Ahnung, eine halbe Minute bis Minute, vergeht halt einfach nur, weil du dumm rumfliegst und, ja gut, das ist natürlich schön, einerseits mal die, weil, ich würde mir das versuchen. Du fließt ja die Karte von oben, das hat schon was, und zum anderen, äh, sag mal mal, erkundest nicht nur das Gebiet, sondern hast auch, sag mal mal, einen, äh, physischen Effekt, dass du durch die Gegend fließt. Also, ich finde das, äh, in Spielen, wo man einfach nur sich sinnlos hin- und herportet, äh, sag mal mal, auch nicht ganz so, sag mal mal, realistisch, in Anführungsstrichen. Ähm, klar, geht deutlich schneller, wenn man wirklich nur auf schnell, schnell, äh, voraus will, aber, das war ja noch nie mein Ziel, weißt du ja. Ich will, äh, sag mal mal, auch, äh, das Spiel genießen, und, ähm, da gehört es halt auch mal dazu, dass man durch die Gegend fliegt. Klar, wenn man ständig hin- und herfliegt, auf die Dauer, ist das dann auch ein bisschen nervig, aber, ähm, man sagt, hätte ich nur noch einmal, ach ja, genau, ich wollte gerade sagen. Sehe ich gerade. Also, ihr fragt, experimentier Beutel, experimentier Beutel mit Schlüsseln, nehmen wir mit. So, okay. Ii, wo ist er? Oh, ich habe sogar einen goldenen Schlüssel bekommen. Ich finde ihn nicht. Wo ist denn der Beutel, also der Beutel? Da. Ich war jetzt auf eine Truhe aus. Legionsminze 10 schickt, Medaille des Kampfes und die Wände mega, China. Kupferschlüssel. Ja, was das ist. Andrea Lottery, mit einem Doppel- oder könnt ihr die silberne Beschichtung, um mal, ich war zu machen, mal gucken, was das ist jetzt hier. So, Medaille des Kampfes habe ich bekommen. Aha, Auszeichnung, die Devas verliehen würde hausholen, da wir gar nicht so einen Belagerungskampf geerbracht haben. Ich habe noch gar nichts damit gemacht, aber okay. Mittlerweile gewinnt man die Medaillen auch im Lotto. So, wo bist du schon wieder? Nichts. Nichts. Na, besser als nichts, nichts. Ich bin ganz schön nervig hier. Was denn? Oh, Entschuldigung. Bumm. Ja, das Ding ist halt, ich habe jetzt hier so 20, ja, Lottery-Gutscheine bekommen oder sowas in die Richtung. Was ist das hier? Oh, gut, das geht aber. Und es gibt hier, also Mega-Kina 300, ich habe da, wie gesagt, öffne die gerade. Ich habe da jetzt, also der Typ, der kommt scheinbar am Wochenende oder sowas in die Richtung. Lotto Runejag wird euch das Preisgeld in Höhe von bla bla bla. Lotto Runejag erscheint nur am Wochenende. Und wo erscheint er jetzt? Ist er jetzt hier, steht er hier irgendwo so in einem scheiß NPC? Ich kann ja mal fragen. Slash all, wo, warte mal, oder Slash 3. Wo ist, ähm, Lotto Runejag? Ich gucke inzwischen mal hier durch die Gegend, vielleicht findest du das ja. Aber normalerweise müsste der ja da oben eigentlich in der Nähe stehen. Ah, Sanktum hat mich gerade angeflüstert. Ah, okay. Danke, Baby. Danke, danke, die. So, weil ich habe, also wie gesagt, ich habe jetzt so, keine Ahnung, ich habe jetzt so zehn Dinger jetzt bisher aufgemacht und ich bekomme China daraus. Also der fünfte Preis ist, ähm, 10.000 China, also das ist halt so gesehen der Drohspreis. Und es gibt dann noch den vierten Preis, das sind 1,5 Millionen China. So, davon habe ich jetzt auch sechs Stück. Also ich habe bisher erst 50-50, also es dauert halt relativ. Was war das jetzt, was du da hattest, hä? Das sind, ich hatte eine große Truhe gehabt und da waren jetzt hier so ein Mega-Kina-Event-mäßig irgendwas mit dabei halt, ne? Ach so, okay. Also, ja, das Zeug habe ich nicht. Na gut. Genau, das hast du nicht. Also ich habe jetzt noch sechs Lose und ich will dann ganz gerne nach Sanktum, weil der jetzt ja nur, wir nehmen ja gerade am Wochenende auf, somit bietet sich das an jetzt. Ja, dann machen wir das, dann machen, ja genau, dann machen wir das so, wir nehmen jetzt auf, äh, gehen erstmal die Quest machen und wenn wir dann zurückreisen, gehe ich den mit dem Flugtransporter und du machst den Umweg über Sanktum und, äh, nimmst dann Rückkehr. Hä? Wie macht's das? Also wir machen jetzt die Event-Quest, was wir hier machen wollten. Äh, wenn, wenn das fertig ist, äh, fliege ich mit dem Flugtransporter zurück nach, äh, zum Angriffsposten des Neubeginns, wo wir, wo du dich gebunden hast und du kannst über Sanktum dann, äh, erstmal nach Sanktum das Zeug abgeben und dann, äh, nehme ich Rückkehr. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja. Äh, beziehungsweise, und dann nimmst du Rückkehr. Ja, genau. Müsst du, müsste ungefähr, vielleicht, oder, sag mal mal so, ich dürfte vielleicht ein bisschen eher da sein, aber, ähm, ja, sag mal mal so, wäre die Zeit am besten genutzt. Da muss ich auf jeden Fall dran denken, erstmal. So, wir brauchen, erstmal hatte ich noch eine Quest gehabt, die war, Moment, Reparaturwerkzeuge, muss ich mal schauen, Raubquartier des Legions, äh, irgendwas, das heißt, hier wäre das irgendwo in der Mitte, keine Ahnung, wir haben jetzt hier, wie heißt das denn überhaupt? Ähm, verwendet die Reparaturwerkzeuge an der Äthermaschine in der Nähe des Hauptquartiers des Legion Neubeginns. Hauptquartier, wo ist das denn? Da war, wo wir waren. Wie, ne, da, wo wir waren. Ach, ne, Legion des Neubeginns ist hier unten, genau, ist, Entschuldigung, richtig. Ähm, der Angriffsposten war oben. So, die Äthermaschine. Was ist das hier? Ein Münzbrunnen. Äh, das nicht machen, also nix machen damit. Ja, wollte ich gerade sagen, ich werfe doch keine Platinmedaillen da rein. Das ist halt jetzt die Frage, wo findet man das, ne? Ne, ich hab, äh, die Quest glaube ich nicht im Log, ich sehe es nicht. Verwendet die Reparaturwerkzeuge an der Äthermaschine in der Nähe des Hauptquartiers des Hauptquartiers. In der Nähe. In der Nähe. Das könnte vielleicht ein Hinweis sein. Erste Verteidigungsposten, oder steht da irgendwas von Verteidigungsposten noch? Oder nur Hauptquartier? Hauptquartier der Legion des Neubeginns. Mhm, dann müssen wir mal gucken. Kannst du die Quest, äh, kannst du nix auf Karte sehen? Ne, irgendwie gar nicht. So was. So, und ich suche mich mal hier oben ein bisschen rum. Ähm, noch in der Legion, wenn du, wenn du unten was siehst und findest, sagst du Bescheid. Vielleicht sehe ich ja auch von hier oben, wenn ich mal ein bisschen rumgucke. Nee. Nichts, was irgendwie wie eine Maschine aussieht. Das ist ein bisschen Twiggy. Ja. Aber ich finde aber leider auch wirklich, ich finde leider auch nichts. Also da oben ist der erste Verteidigungsposten schon. Äh, hier unten ist auch nichts, ne? Nee. Hier auch nicht. Hier ist ja Münzbrunnen, ne? Mhm. Also ich gucke jetzt schon mal draußen, aber irgendwie da drum rum, dass irgendwo was ist. Aber auch auf der Karte sieht man ja nun wirklich nicht, wo irgendwo eine Maschine angeschlossen oder sowas ist. Naja, also ich weiß noch von Ingi, sondern da war das manchmal so gewesen, dass zumindest dann hier so eine Obelisk dann irgendwie so, das hat man eigentlich schon gesehen im Normalfall. Gut, wahrscheinlich, wenn wir jetzt davor stehen würden, würden wir jetzt natürlich auch sagen. Ah. Ja. Naja. So ist es halt natürlich doof. Also da oben in dem Gebiet haben wir viel zu tun, aber da ist... Naja gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie hier klappt oder funktioniert. Eventuell müssten wir da mal den Google anwerfen. Den Herrn Google, was ist das denn? Ja gut, das ist relativ neu halt noch, ne? Aber gut, wir können die Quests halt auch erstmal sein lassen halt, ne? Ja, das heißt ja nicht. Ja genau, das heißt ja aber nichts. Das kann durchaus sein, egal ob wir jetzt neu oder nicht, dass da halt andere Leute schon gefragt haben, äh, wo ist denn das? Weil andere werden dasselbe Problem auch schon gehabt haben. Okay. Und eventuell hat sich jemand gefunden. Also auch bei neuen Sachen immer ruhig mal googeln, schadet nie. Hm. Das kann sein. Ich bin jetzt, hab mich allerdings jetzt doch dazu entschieden, schnell nochmal nach Sanktum zu gehen, weil ich nicht weiß, ob es zeitlich dann noch ausreicht. Ähm. Hier steht sogar ein Stigma-Meister rum. Jo, die stehen mittlerweile recht häufig überall herum. Keine Ahnung. Das ist fein. Da freue ich mich aber. Oh ja, muss auch nochmal. Achso, hier ist auch nochmal. Was, was, was? Was? Mysterio, Riese, Röse, Ruin, Ätherfeldwächter. Für welche Quest war denn das jetzt? Ich hör wieder. Und? Ich sollte mit dir auch mal, oder? Ja, aber es dauert halt Ewigkeiten, ne? Wenn ich jetzt hier die, na gut, aber es zählt ja nichts, weil es doch ein bisschen was an China gibt. Da sind. Hattest du das mitbekommen gehabt? Wie viel ich jetzt ungefähr bekomme an Geld? Oder? Ähm. Ja, du hast mich was erzählt, aber so richtig mitgekriegt habe ich es jetzt nicht. Ist egal. Okay. Ich hole mir mal die Kampagnen-Quest. Ja. So. Und halt für im Grunde genommen nichts machen, ne? Hier ein bisschen was an Geld einzustreichen. Das ist in Ordnung. Wo sind die anderen Kampagnen-Quest? Bei der Uhrzeichen? Okay. Schmerz. Achso, da sind sie doch. Wie habe ich denn jetzt noch davon? Gar keine mehr. Ja, okay. Hm. Zack. So, Request gegen Herrn, äh, Werkzeug, mit den Äther-Maschinen-Repfeuern kann. Verwendet sie in der Nähe der Maschine. Reparatur der Äther-Äther-Maschine. Okay. Äh, dann müssen wir mal gucken. Also, jetzt brauche ich die Quest. Iiii. Ich gucke inzwischen, Leute. Und der Dü guckt, äh, ja, in Sanktum halt. Ja, ja. Ich bin gerade nicht. Das ist einfach nur ein wildes Herr-Modell. In Sanktum-Signia. Können zwar jetzt eigentlich auch schon aufhören, weil es eh nicht viel bringt, aber... Wer den Pfennig nicht ehrt, ist die Mark nicht wert. So sieht's aus. Deswegen machen wir das hier noch zu Ende. Ja, genau. Also, ich habe jetzt, by the way, ähm, meine Zuschauer werden es hier jetzt hier sehen, wenn sie es da ein bisschen mitverfolgt haben. Ich habe jetzt durch diese 20 Lose, die ich jetzt bekommen habe, das war 50-50-Verteilung gewesen auf, ähm, Dreier-Lose und Vierer-Lose. Äh, Quatsch, auf Vierer- und Fünfer-Lose. Die Fünfer-Lose geben, haben Pro-Los 10.000 gegeben. Und die Dreier- und die Vierer-Lose haben Pro-Los 1,5 Millionen China gegeben. So dass ich jetzt, ähm, ja, 15 Millionen 100.000 oder sowas in die Richtung, müsste schon hinkommen, ja, ähm, ja, an China extra bekommen habe. Einfach nur, dass ich halt einfach schnell kurz bei dem Event mitgemacht habe, die Schlüssel aus hin und her getauscht habe und jetzt halt, ja, ein paar Minuten das Ganze halt geöffnet habe, so gesehen. Boah, insgesamt recht lohnenswert, würde ich sagen. Hm, naja, warum nicht? Ja, genau, warum nicht? Das ist eine gute Frage. Könntest du dich da eigentlich jetzt nochmal ein bisschen einlesen oder hat das jetzt noch funktioniert? Also ich suche, äh, ich habe, ich habe noch nicht auf Google, also auf Google habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich finde jetzt ehrlich gesagt auch nichts, wo die Quest sein soll. Hm, okay. Die anderen Quests werden ja alle so schön angezeigt, aber die haben sie scheinbar entweder vergessen oder die steht irgendwo, wo sie nicht hingehört, keine Ahnung. So was. Ärgerlich. Ach da, da bist du ja schon wieder. Ja, ja, ich bin schon wieder da auf jeden Fall. Ja, ja, genau, den solltest du mal in Gilde laden, der wollte ja in Gilde mit. Ach so, hattest du, hattest du Rechte? Nee, ne? Nee, hatte ich nicht. Hat das auch keiner, okay, gut, das muss ich dann, muss ich mich jetzt auch nochmal auf jeden Fall nochmal dran erinnern, dass ich das gleich wirklich mal am Anschluss mache. Jo. Ähm, sonst vergesse ich das halt auf jeden Fall wieder. Das wäre dann natürlich etwas ungünstig. Natürlich. Ähm, wir gehen auf jeden Fall nochmal Richtung der Kampagnen-Quest, ähm, also Aetherfeld-Wächte brauche ich mir einmal bei der Uhrzeichen. Hm, ja, ja, relativ in der Nähe. Und, ähm, in Sanktum war ich da, wo du den Teleport nutzen wolltest. Was? In Sanktum war ich da wohl? Ach so, ja, gut, keine Ahnung. Uh, hatte ich wohl gefunden, oder was? Ja, ja, ich glaube schon. Ach so. Ja, keine Ahnung. Ähm, was wollte ich noch? Ähm, ach ja, genau. Ja, eigentlich können wir die Folge hier auch beenden, das machen wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Ich logge jetzt auf jeden Fall nochmal um. Ist nicht so, dass ich dich nicht einladen kann. Doch, ist so, ich kann dich nicht einladen, Urugin. Ähm, weil ich nämlich keine Rechte habe auf den guten Charakter. Und, ja, da laufe ich auf jeden Fall gleich nochmal um. Und, ja, wir sehen uns einfach mal in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall wieder ein Feedback da. Schaut bei den sozialen Netzwerken vorbei. Danke fürs Einschalten. Tschaui. Jo, bis denne. Tschüss.